Die Jovo Systemtechnik GmbH aus Delmenhorst ist seit über 20 Jahren eine Korrifäa auf dem Gebiet der Entwicklung, Herstellung und Distribution von elektrischen Steckverbindern für extreme Einsatzbedingungen. Weltweit hat sich das Unternehmen als der Spezialist für nahezu jedes Einsatzgebiet etabliert. In enger Zusammenarbeit werden mit Kunden aus den Branchen Marine- und Militärtechnik, Oceano- und Offshore-Technik, Sondertechnik als auch Luftfahrttechnik sowohl individuelle als auch standardisierte Lösungen entwickelt und produziert. Das hochqualifizierte und erfahrene Mitarbeiterteam realisiert dank seiner spezifischen Fachkompetenz im Bereich sicherheitsrelevanter Systemtechnik optimale Lösungen für die unterschiedlichsten Zielbranchen. Zu den Produktlinien gehören Atex-geprüfte korrosionsfeste Spezialsteckverbinder, Kabeltrommeln und Kabelbäume sowie Verteilerboxen für Anwendungen in großen Wassertiefen und in explosionsgefährdeten Bereichen. Besonderes Augenmerk gilt der LWL-Technologie, auch in Hybridausführung im Outdoor-Bereich. Der Einsatz von Lichtwellentechnik ist in den Bereichen militärische Kommunikation, maritime On-Deck- und Offshore-Kommunikation, Öl- und Gassuchende und fördernde Industrien als auch Berg- und Tagebau unerlässlich und erfordert ein hohes Maß an Fachkompetenz. Jovo Systemtechnik GmbH ist Vision und Anspruch zugleich. Schon heute an morgen denken und gemeinsam mit den Kunden an Technologien für die Zukunft arbeiten. Jovo Systemtechnik GmbH steht für Innovation in Perfektion.